I mean this, all I want to do is be more like me and be less like you Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir kommen heute zum Video, was den Twitch Giveaway Livestream am Samstag 20.30 Uhr anbelangt oder angeht, was es alles zu gewinnen gibt und wie das Ganze ablaufen wird und was wir alles geplant haben, erfahrt ihr hier in dem Video, deswegen bleibt dran Freunde und dann bekommt ihr ein paar schöne Infos. Ja Freunde, vorab, ich hoffe es passt mit dem Licht so, man wird den Rauch extrem in der Kamera sehen, denke ich, weil die Sonne knallt hier übelste Sorte rein, hier ist auch übelst warm drin dadurch, aber nichtsdestotrotz ziehen wir das Ding jetzt hier durch. Samstag, wie gesagt, 20.30 Uhr, Giveaway Twitch Livestream oder Twitch Giveaway Livestream, völlig Wurst, wie ihr es nennen wollt, es wird sehr lustig werden, ich hoffe, wir sind zahlreiche Leute, es gibt sehr sehr viele Sachen für euch zu gewinnen, gerade auch im Bereich Zubehör, es wird jetzt kein Tabak geben, ihr wisst, Tabak mit P18, Pipapo und ist immer so eine heikle Sache, deswegen kann ich euch vorab schon sagen, es wird definitiv auch wieder keinen Tabak zu gewinnen geben. Ja Freunde, was sind die wichtigsten Punkte für euch quasi da draußen? Der wichtigste Punkt ist, denke ich, dass ihr um teilnehmen zu können oder zu dürfen, ich sag es mal so, mindestens Follower bei meinem Twitch Kanal sein müsst. Das haben wir jetzt in den letzten Streams immer so gemacht, einfach weil ganz am Anfang, wo ich das quasi mit diesen Giveaway Streams gestartet habe, auch mal Leute kamen, die mit meinem Content oder meinem Twitch Kanal oder YouTube Kanal gar nichts zu tun haben und die einfach quasi was abstauben wollten. Und das wollt ihr nicht, das möchte ich auch nicht und ich will euch da ja was wiedergeben für euren Support, deswegen müsst ihr mindestens Follower sein. Ich habe sehr sehr viele Produkte da, gerade auch im Bereich Zubehör und noch ein Überraschungsprodukt, das sage ich euch aber erst im Stream, wenn wir das dann verlosen. Dazu sage ich noch nichts, aber es wird ein Überraschungsprodukt geben und es sind viele bekannte Marken auch dabei. Um nur mal ein paar Marken zu nennen, Freunde, es sind zum Beispiel Marken wie Hokain dabei, es ist zum Beispiel Sumo ist was dabei, dann haben wir, was habe ich noch, wenn alles klappt, ist Oblaco dabei. Jetzt muss ich nochmal hier runter gucken. Okay, ja, jetzt habe ich es wieder, es ist, es ist verdammt viel, es ist Tom Coco ist dabei, ähm, Hokain habe ich schon gesagt, wie gesagt Tom Coco ist dabei, dann haben wir Aeon ist dabei und, und viele mehr Freunde. Es ist wie gesagt ein Stream oder ein Giveaway, was sich auf Zubehör bezieht, äh, Pfeifen ist jetzt nicht so das Ding, ich scheiße ja jetzt auch kein Geld unbedingt, aber es ist sehr sehr viel schönes Zubehör für euch dabei, was ihr da gepflegt abstauben könnt. Und das Ganze wird so ausgehen oder aus, ausgelost, sage ich jetzt mal, dass ich quasi über ein Programm einen Begriff eingebe, was weiß ich, Ausrufezeichen, Kohle, was dann alle reinschreiben müssen und die landen dann automatisch in dem Lostop. Also, das wird über das Programm dann auch automatisch ausgelost und wird im Chat auch angezeigt. Also, da kann keiner sagen, ich suche mir hier die Gewinne raus, das wird vom Programm gleich direkt in den Chat reingeschrieben, dass wir da auch ehrlich sind natürlich, was die Gewinne angeht, Freunde. Ja, was ist neben den Giveaways geplant? Geplant ist, nebenan noch, wenn alles klappt, ich hoffe, dass es noch kommt, das letzte Paket, dass wir noch zwei Unboxings nebenbei machen, die, denke ich, sehr lecker sein könnten. Und natürlich auch, dass wir uns austauschen können, dass ihr auch Fragen mehr stellen könnt. Pipapo, ihr kennt das Spiel von den anderen normalen Twitch-Streams, sage ich mal, wo ihr mir auch Fragen stellen könnt oder was auch immer ihr da reinschreiben wollt oder wissen wollt, könnt ihr mir natürlich auch da in den Chat schreiben. Der Hauptaugenmerk liegt an dem Abend natürlich aber auf dem Giveaway. Quasi als kleines Dankeschön an euch da draußen, dass ihr, sei es jetzt YouTube, sei es jetzt Twitch, sei es jetzt Instagram und so weiter und so fort, mich supportet, mich unterstützt, immer schön die Videos schaut und ein Däumchen da lasst. Das ist quasi meine Art, an euch da draußen Danke zu sagen und euch auch was wiederzugeben. Ja, Freunde, kurz und bündig zusammengefasst, das ganze Start ist am Samstag 20.30 Uhr auf Twitch, dazu ist der Link auch unten in der Videobeschreibung, also noch schnell reinfolgen, wenn ihr dabei sein wollt. Wie gesagt, es gibt sehr viel Zubehör-Giveaways, es gibt ein Überraschungs-Giveaway, dazu sage ich aber wie gesagt noch nichts, das erfahrt ihr erst im Stream, das werdet ihr auch nicht auf Instagram erfahren, sondern wirklich nur im Stream, Freunde. Es wird ein Unboxing geben, wir werden ein bisschen quatschen, eventuell ganz zum Schluss werden wir vielleicht auch nochmal eine Runde zocken oder so, mal schauen. Es wird auf jeden Fall ein langer Stream, es wird ein langer Abend und ich hoffe ihr schaltet natürlich zahlreich ein, Freunde. Da würde ich mich sehr freuen, denn solche Streams feiere ich immer sehr, wenn sehr sehr viele dabei sind, mit denen man quatschen kann, wo ich Fragen beantworten kann, die mir vielleicht auch noch irgendwas beibringen können. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier allwissend bin, aber wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn er einschaltet, 20.30 Uhr auf Twitch, Link unten in der Videobeschreibung, einfach mal abchecken, Freunde und ein Follow da lassen. Und dann möchte ich an der Stelle das Video schon beenden, kurz und knackiges Video diesmal und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich zahlreich am Samstagabend und jetzt geht der letzte Zug auf euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch hier ein Däumchen da, lasst ein Abo unten da, würde ich mich sehr freuen, Freunde. Und jetzt der letzte Zug auf euch, im Übrigen Pinkleminzjager mit Mastiff Leime. Sehr geile Mischung, by the way. Reingehauen.